Immer mehr Mandanten wollen die EU verlassen, viele von ihnen zieht es auch nach Südamerika. Und wenn du auch dazu zählst, habe ich heute einen besonderen Geheimtipp für dich. Genau, wir sprechen von Uruguay. Ich weiß nicht, wo du Uruguay zum ersten Mal gehört hast. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein Kind war, haben mir meine Eltern mal diesen Film gezeigt mit Heinz Rühmann, das Haus in Montevideo. Viel mehr will ich jetzt dazu nicht erzählen. Es ist auf jeden Fall ein komischer Film, wie hier eine Familie letztlich an ein Haus in Montevideo kommt. Unter ganz komischen Umständen auf jeden Fall eine lustige Komödie aus den 60er Jahren. Schauen wir uns zunächst mal an, wo man Uruguay auf der Karte findet. So, hier haben wir also Uruguay. Hier kannst du auch schon sehen, die Hauptstadt Montevideo. Hier ist Buenos Aires, dann muss das hier also Argentinien sein. Weiter oberhalb nördlich finden wir dann Paraguay. Und natürlich dann auch hier das riesengroße Brasilien nördlich von Uruguay. Grundsätzlich, Uruguay ist ungefähr halb so groß wie Deutschland, hat aber nur eine Bevölkerung von dreieinhalb Millionen Einwohnern. Anders als viele andere Länder in Südamerika war Uruguay immer so ein bisschen besser, ein bisschen edler, ein bisschen teurer. Man sprach auch von der Schweiz Südamerikas. Uruguay ist sehr stabil. Die Regierung ist relativ westlich orientiert. Man ist hier sehr marktwirtschaftlich strukturiert. Ziemlich konservativ natürlich. Aber eben das Ziel ist doch hier, die Stabilität wird sehr hoch gehalten. Es gab natürlich auch in Uruguay in den 60er und 70er Jahren, ich will schon sagen, die fast übliche Periode, wie auch in anderen südamerikanischen Staaten von Militärdiktatur und Unterdrückung. Das ist natürlich nicht sehr schön. Seitdem hat sich hier aber extrem viel zum Besseren gewandelt. Und mittlerweile belegt Uruguay hier den ersten Platz in ganz Amerika, also Nord- und Südamerika, wenn es um Demokratie geht und den ersten Platz in Südamerika für Frieden, Korruption und effiziente Regierung. Wem das Thema Vermögensschutz besonders wichtig ist und politische Stabilität, der sollte sich Uruguay auf jeden Fall einmal genauer anschauen. Montevideo, eine wunderschöne Stadt an der Küste gelegen, ist die Hauptstadt Uruguays. Sie hat ungefähr 1,3 Millionen Einwohner, also ungefähr ein Drittel der Bevölkerung von Uruguay wohnen in der Hauptstadt. Ich habe mir gedacht, dass wir uns mal kurz hier die Immobilienpreise in Uruguay anschauen. In Montevideo besser gesagt, dass du dir hier mal selbst einen Überblick verschaffen kannst, mit was man hier an Lebenshaltungskosten rechnen muss. Also ich habe gedacht, wir schauen uns mal hier die Immobilienpreise an, was es hier zu mieten gibt in Montevideo. Zum Beispiel diese Webseite hier. So, hier 2.690 US-Dollar, zwei Schlafzimmer, vier Badezimmer, 103 Quadratmeter. Tja, es wird nicht jedermanns Geschmack sein, aber wie du sehen kannst, die Preise sind nicht ganz billig, aber es sieht durchaus alles sehr westlich aus. Also jetzt nicht vielleicht, was man von anderen lateinamerikanischen Ländern zum Teil eben gewöhnt ist. Ich rede jetzt vor allen Dingen auch vielleicht vom Nachbarn in Paraguay, wobei dort ja die Hauptstadt Asunción auch zum Teil sehr moderne hier Wohnungen bietet, aber eben weniger im Rest des Landes. Schauen wir uns nun zunächst mal an, wie man in Uruguay hier die Aufenthaltsbewilligung erhält. Nun, du kannst dir zunächst einfach eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung beschaffen. Alles, was du dafür nachweisen musst, ist, dass du 1500 US-Dollar pro Monat an Einkommen hast. Dann bekommst du die temporäre Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr. Die kann man auch verlängern oder später in eine unbegrenzte Aufenthaltsbewilligung umwandeln. Wenn du gerne in Uruguay unbeschränkt steuerpflichtig sein möchtest und darauf angewiesen bist, dass du eine Ansässigkeitsbescheinigung, eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommst, manchmal wird das benötigt, manchmal auch nicht, dann musst du dort 183 Tage im Jahr verbringen. Allerdings kannst du auch für 455.000 US-Dollar mindestens eine Immobilie dort erwerben. Dann musst du nur 60 Tage dort anwesend sein in Uruguay. Eine ganz einmalige Regelung, wie ich finde, habe ich sonst noch nicht so gesehen. Wenn du gerne eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung erhalten möchtest, ohne einen einzigen Tag in Uruguay verbringen zu müssen, das heißt, die Steuerbehörden in Uruguay bestätigen, dass du dort wohnst, dass du unbeschränkt steuerpflichtig bist, eben steuerlich ansässig bist, dann musst du in eine Immobilie im Wert von 1,95 Millionen Dollar investieren. Dann bekommst du eben diese Bestätigung, ohne irgendeine Zeit in Uruguay verbringen zu müssen. Also wie gesagt, eine recht einmalige Regelung, die man erstmal so verstehen muss. Das ist also etwas unüblich, daran muss man sich erstmal gewöhnen. So, welche Steuern bezahlt man nun aber in Uruguay? Wenn du nach Uruguay umziehst, dann sind für 11 Jahre sämtliche Auslandseinkünfte, also alles, was du außerhalb von Uruguay generierst, steuerfrei. Danach zahlst du auf ausländische Zinsen und Dividenden 12% Steuern. Veräußerungserlöse sind nach wie vor dann auch noch steuerfrei. Jetzt kannst du aber auch sagen, dass du letztlich 7% bezahlen willst bis zu deinem Lebensende. Dann hast du diese 11 Jahre nicht, wo du komplett steuerfrei bist, sondern dann zahlst du eben ab sofort, ab deinem Umzug nach Uruguay, 7% auf alle deine ausländischen Einkünfte. Also auch hier eine sehr seltsame, will ich sagen, sehr einmalige Regelung, kenne ich so von anderen Ländern nicht, ziehe um nach Uruguay, zahle für 11 Jahre keine Steuern auf ausländische Einkünfte, danach dann eben 12% oder aber ziehe um nach Uruguay, zahle 7% sofort und zahle dann die 7% bis zum Rest deines Lebens in Uruguay. Was würde ich dir empfehlen? Nun, also wir haben tatsächlich Mandanten, die nach Uruguay umgezogen sind. Die meisten, ehrlich gesagt, wählen die Option, wo sie dort dann eben eine Immobilie erwerben für 455.000 US-Dollar. Dann müssen sie dort 60 Tage im Jahr anwesend sein. Sie sind dann außerhalb der EU und können letztlich von den Steuervorteilen profitieren, die wir jetzt hier gerade eben genannt haben. Aber wie gesagt, mir ist klar, das klingt alles recht ungewöhnlich, vielleicht auch in gewisser Weise recht kompliziert. Zudem ist natürlich auch Uruguay tatsächlich sehr weit weg. Also ich denke, man muss das Land natürlich schon sehr mögen, vielleicht auch Spanisch sehr gut sprechen, in der spanischen Kultur zu Hause sein, dass einen dann diese Vorteile wirklich dazu verlocken, dort hinzuziehen. Tatsächlich ist es so, dass Uruguay zunächst für viele Bürger anderer lateinamerikanischer Staaten sehr interessant ist, Brasilien und Argentinien. Es gibt eben, wie schon anfangs gesagt, die Stabilität in Uruguay, die es dort in vielen anderen Ländern nicht gibt. Alles hat einen ziemlich gehobenen Standard. Und wie gesagt, der Begriff, die Schweiz Südamerikas, ist also hier ganz zutreffend. Wenn auch du dich dafür interessierst, nach Uruguay umzuziehen oder generell deinen Wohnsitz ins Ausland zu verlegen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.